Wir sind Talents2Germany und wir bringen internationale Software-Ingenieure nach Deutschland. Was macht den Prozess aus Arbeitgebersicht so kompliziert? Erstens, es bewerben sich sehr viele Kandidaten aus dem internationalen Umfeld nach Deutschland, rein aus Neugier, ohne ernsthafte Absichten nach Deutschland zu kommen. Das macht das Auswahlverfahren sehr kompliziert und aufwendig und dadurch sehr teuer. Zweitens, Arbeitgeber haben in Deutschland bestimmte Qualitätsanforderungen, die erfüllt werden müssen. Dazu zählen Projektmanagement-Methoden, Security, DSGVO und Cloud-Bestimmung. Die zeitliche Planbarkeit ist ein echtes Problem. Durch Visa und Relocation können diese Prozesse nicht vernünftig geplant werden und Kunden- und Lieferantentermine können kaum eingehalten werden. Viertens, unvorhersehbare Risiken. Kandidaten aus dem Ausland treten den Job vergleichsweise häufiger nicht an, aus Gründen wie familiäre Umstände und weitere Visa-Bestimmungen. Höhere Kosten- und Zeitaufwände für die HR-Abteilung. Kandidaten aus dem Nicht-EU-Ausland verursachen deutlich höhere Kosten und Aufwände in der HR-Abteilung, beispielsweise Visa, Umzüge und soziale Integration. Und der letzte Punkt, die Sprachbarriere. In den meisten mittelständischen Betrieben in Deutschland wird nach wie vor Deutsch gesprochen. Ohne deutsche Sprachkenntnisse ist eine Integration im Team schwieriger möglich. Wie bereiten wir die Kandidaten auf den deutschen Arbeitsmarkt vor? Durch unser neuen Monatsprogramm gibt es ein technisches Upskilling, die rechtlichen Rahmenbedingungen werden geprüft, Deutschkurse werden durchgeführt und die Kandidaten werden für die Relocation und Ankunftsverfahren vorbereitet. Chancen für Sie als Arbeitgeber? Erstens, die Kandidaten sind vorbereitet von technischem Upskilling, Sprache und so weiter. Zweitens, unser Programm ist tatsächlich anspruchsvoll. Das heißt, diejenigen, die das durchlaufen, haben eine hohe Wertschätzung für die Migration nach Deutschland. Und es ist natürlich ein Aufwand zusätzlich zu dem Job, in dem jeder ist. Das heißt, die Personen haben wirklich Disziplin und Einsatzwillen bereits unter Beweis gestellt. Drittens, Rechtssicherheit, Transparenz. Gerade für kleinere HR-Abteilungen müssen Sie nicht die Sorge haben, in dem Prozess etwas Wichtiges zu übersehen, weil Sie eben uns auch noch haben. Zeitliche Planbarkeit. Alles in dem Prozess, was vor Abschluss eines Arbeitsvertrages erledigt werden kann, ist erledigt, sodass es zumindest nicht zu unnötigen zeitlichen Verzögerungen kommt. Und Stichwort Arbeitsbelastung. Natürlich ist eine internationale Migration immer eine zusätzliche Belastung. Aber wir können Sie zumindest ein ganzes Stück abpuffern, sodass Sie, wenn Sie einen lokalen Bewerber haben und einen internationalen Bewerber haben, auf die Qualität schauen können und den Besten von der Qualität her für Ihr Team und Ihr Unternehmen wählen können. Übrigens, für die meisten der Kandidaten ist der Prozess für Sie als Arbeitgeber kostenlos. Sprechen Sie uns einfach an. Die stärksten Talente für die deutsche Wirtschaft. Unsere Leidenschaft ist auf beiden Seiten. Wir wissen, was für fantastische Chancen es bedeutet, nach Deutschland zu migrieren im Sinne der persönlichen Weiterentwicklung, der beruflichen Weiterentwicklung für die Talente und deren Familien. Und in Deutschland, wir brauchen diese Leute dringend. Ich sehe die Menschen persönlich und sehe in die Augen und glauben Sie mir, es sind wirklich fantastische Menschen, die hier unterwegs sind. Unser Team ist genauso international wie unsere Kandidaten. Wen brauchen Sie als nächstes in Ihrem Team? Melden Sie sich einfach bei uns. Wir sehen uns beim nächsten Mal.